Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK! ARK! Tribe Wars mit dem netten Rivano LP. Ja, hallo! Und dem kleinen Onkel. Dankeschön, hallo! Und natürlich ist unser Dynamo-Mann natürlich auch wieder vertreten. Hallo! Moses ist jetzt leider, leider verstorben, er kommt aber morgen wieder. Und ja, wir sind momentan immer noch am Farmen von den Chitinen ein bisschen, aber wir machen jetzt langsam aber sicher auf den Heimweg, weil wir finden jetzt schon kaum noch zurück. Deswegen, die Folge wird für uns sehr lustig. Und die anderen beiden sind immer noch am... was macht ihr denn? Gehege, oder? Gehege ausbauen. Ich versuche hier gerade das Gehege weiter auszubauen, bloß jetzt habe ich gerade wieder mal gemerkt, ich habe falsch gebaut. Hm, lauf noch eine Runde durch die Welt. Ja. Lass einen Bronto begatten. Ah ja, ich besteig den gleich, ja. Geiles Viecher, so ein Ding haben wir zufällig auch zuhause, ne, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Könnt ihr euch mal angucken, ja, mit der Hundeleine drum. Sind wir da durch... ja doch, dadurch sind wir geschwommen. Ja, wir haben ja auch hier und... Ja, aber es sind zweimal geschwommen, passt. Oswald. Voll, ja, ja, ja. Ich hoffe, mal aus... Ich hoffe, mal aus. Ich hoffe, Geigesäcke, ich hoffe, Geigesäcke bringt mir so ein kleines bisschen Wut mit. Äh, ne. Ich hab... Wir gehen, wir gehen gleich sammeln. Wenn wir gleich zuhause sind, gehen wir sammeln. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 142 Fleisch. Ja, ich auch. Also wir können euch mit... Nö, wir können noch kleine Dinos reinstopfen. Ein bisschen können wir uns gleich selbst verpflegen. Und... Wir hauen eh wahrscheinlich... Zwei Stacks hauen wir wahrscheinlich eh gleich erstmal in den Ofen. Da kommt das einfach schnell wieder durch. Ja. Und dann... Ich weiß, was lustig ist. Ja, will ich auch noch forschen. Ähm... Das sieht voll geil aus. Geh mal in die Ego-Perspektive. Mit deinem Raptor. Ich werd grad gejagt von Piranha, da ist viel schlimmer. Ach, easy. Ne, geh mal in die Ego-Perspektive. Und dann? Hau mal zum Beispiel. Das sieht so lustig aus ey. Sieht aus, wie es kein Raptor ist, sondern ein Raptor. Hm. Ne, und wenn du damit haust... In 3D wärs geil. Ja, aber wenn du damit haust, sieht es auch total lustig aus. Du siehst echt wie so... Wie so ein kleine Stumpelarm irgendwie ins Bildschirm reinlunzt. Und... Ja, als würde ich einen Headbutts verteilen, sieht das aus ey. Hier direkt mal, direkt mal ein Headbutt. Hier, psch. Ah, ich glaub wir sind schon richtig, ey. Ich glaub hier hinten kommt mir schon bekannt vor. Ja, hier hinten. Unser Steco hat uns schon freundlich empfangen mit einer dicken Kurzstunde. Ja, wir waren nur hinten, kommt dir immer bekannt vor. Aua, aua, aua. Alter, die Bäume machen grad wieder Gummi-Bewegungen. Ach, bei mir zum Glück, ne? Bei mir ist Windstill. Ach, wir haben eigentlich voll den Vorteil, Alter. Wir halten uns eigentlich nur an dem grünen Ding. Mhm. Wir müssen uns noch mal kurz gucken, dass wir gleich Schettin irgendwo in eine Kiste packen, dass ich das dann morgen dann was zusammenbasteln kann für mich. Aber wie schon gesagt, das setzt man dann sowieso wahrscheinlich direkt neben die Schmiede, wo es Mo kommt. Ja. Aua. Sollen wir jetzt oben lang latschen? Oben lang, ne? Oh, scheiße, mein Steißbein. Aua. Warum machst du das? Ah, nee, ich bin jetzt Rapper seit drei Stunden... Nee, seit vier Stunden mal wieder aufgestanden. Aua. Da merkt man, dass man noch lebt, ne? Ah, nee, da merke ich, dass mein Steißbein schon tot ist. Nein! Hä? Fühltest du wieder Schettin am Eis? Alter, ich töte eine Libelle und vor dir kommt... Aua. Aua. Ich hab gesagt, nein! Nein, doch! Aua. 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 Genau. Klack. Ah, ich hab jetzt hier erstmal den übelsten Dodo weggefistet hier. So, hier rumstöner, geht's weiter jetzt hier, oder was? Okay. Boah, wie war'n das nochmal? Ähm... Ja. Muskatnuss, Herr Müller! Muskatnuss! Aua. 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 Nein, nein. Alter, vier Frames die Sekunde. Ist gut jetzt. Geh auf damit. Mach satt. Ich bin hinter dir. Vor dir. Ich wollt' sagen, du bist hinter mir. Ich guck nach hinten, ist nix. Aua. 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 Ich kann noch, ich kann noch zusammen in den Umbau, dann kriegst du gar nix zusammen! Der kann ja nicht so weit laufen! Das ist geil. Ohne Scheiß! Wir nehmen gleich Ulfried. Ulfried... Hä? Der heißt ja Ulffried! Ich nenne als Ulfried! Ja, ist egal. Ulfried und... Und Horny. Ja, Horney und am besten noch Materia mit Günther Nein, Materia Dann gibt es erstmal gut was zu fordern Sag mir mal, welche Kiste ich das Schettin reinpacken soll Ich folge dir Wo haben wir denn Lagerfeuer? Hier hinten Lagerfeuer ist hier vorne Da holen wir das ganze Fleisch drin Und das ganze Holz, was er braucht Alter, ich krieg dir eine Mecke Was hast du denn, Onkel, hä? Der ist leid Hast du schon mal so ein Viereck von solchen Wooden Fences gebaut Da kriegst du eine Macke Wie heißen die Dinger? Pillars? Von den Wooden Fence Foundations, genau Da musst du mal ein Viereck bauen Ein großes Viereck, da kriegst du eine Macke Kriegt man nur 20 rein? Ich hab 84 halt Hallo, lass mich warten Hallo Wieso machst du denn vorne schon das Feuer an? Lass er erstmal hin und anmachen Hä? Was? Das ist alles so gewollt Ejo, Ejo Das ist alles gar nicht meine Ejo Genauso Ich hab alles nur gezogen und gelogen Entschuldigung, was hab ich mir hernommen? Entschuldigung Rej, rej Ihr kleinen Musiker, ihr seid ja so toll Und du kannst nichts Doch, ich kann doch Hab doch angefangen damit Mensch, doch, was denn los? Äh, ja, ich muss doch auch Ich hab vergessen, das Feuer anzumachen Hm, Chewbacca, was ist denn los mit dir? Aaaaah Hehehehe Geil Ohne Witz So geil Du musst auch Holz reinlegen, aah Junge Hast du, hast du Holz dabei? Ich hab eben schon so ungel gesagt, ich hab kein Holz Wieso? Ungel Mal überall liegen hier die Tennisbälle von, äh, Tennisbälle, die Fußbälle von Kacke rum Das ist der Wahnsinn hier, ey Was ist eigentlich kaputt mit dir? Spürst du Tennis mit Kot oder was? Hehehe Ja klar Wie, du nicht? Ich schlumpf mir dich Jetzt Tu nicht? Da ist mal geklaut, ja Jetzt wollen wir mal ein bisschen Fieber rein in die alte Disco-Kugel hier Was? Da haben wir noch ein bisschen, ne? Jetzt vielleicht Ich brauch Holz Das klingt einfach nur falsch, was du machst Das klingt einfach nur falsch Hehehehe Das ist absolut richtig Absolut Oder baust du gerade Dorfdienst du? Esst jetzt Esst jetzt erstmal was Dicke, fettige, äh, Rumpste Achso, warte mal, Dynamo, äh, ich geb dir mal das Zeug zurück, das wegen dem Dino-Kang Weil die ganzen Steine und den ganzen Mist, den hab ich ja jetzt hier, äh, da, da Ich wüsste, ich geb dir mal, ich geb dir mal alles, was ich hab, weil ich wüsste, was ich da jetzt dafür geben muss Noxy, wo bist du? Nichts anwesend Jep, es reicht Bist, bist du hinten an der Kiste, da wo die Häuser sind? Nein Ja, sag mir mal, wo ich das reinpacken soll, das shitty, ich will das aus meinem Inventar haben Ah, in die Werkskiste, also in Smitty Also einfach in Smitty reinschmeißen Brauchst du noch was, was willst du noch für die Tore, was brauchst du noch, wir brauchen ja noch Tore Deine, es ist nur hinten im Lager Welches Level ist denn der Mauer eigentlich? Ach so, hast du's schon? Äh, 19, 20 meine ich Oder 30 schon Keine Ahnung Und da kann er so was krasses bauen So was krasses Smitty Hä? Ich schmeiß dich rein Ich hatte... Alter, ich... Oh, jetzt hab ich, jetzt hab ich die vergessen, oh, ich bin ja wieder so schlau, da Hm 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 Im Raptor liegen gelassen Hm Also dann müsstest du wieder im Raptor liegen Hm Ja, ich renne jetzt mit dem da hin, was soll der Scheiße, warum lauf ich denn? Bin doch nicht irre Renn! Der hat Penis gesagt Ganz lang sogar Alter, der schickt mich immer weg Hallo Jetzt, geh doch Hallo Na, da hat ein Renngekreis Ja Du dum 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 Oh, ich liebe diesen Raptor, ich finde, dass der echt... Das der echt cool ist Ach man, was ist denn hier los? Wieso? Es sind gewisse Interferenzen vorhanden Ach nee, jetzt hab ich wieder dorscht Hast du keinen Wasserbeutel mit? Doch, 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 aber die sind auch schon leer Ja Der Onkel kennt sich gut aus damit, ja Hehehe Hat er selbst welche oder was? Ja, genau Hehehe Ich hab'n Fass Ein Fass Oh, das wär' ich voll geile So, ich hab' noch... Ich hab' noch alte Boots, alter Mit nem Hals? Hey, habt ihr ne... Boots hab' ich Ohne Scheiß, wo haut ihr denn das ganze Bolt mit rein? Achso, haut ihr das Regenmörser raus? In den... In den... In den... In den Mörser rein und dann... Kann man dann Narkotik feststellen halt Hm Ich schiebe es in den Mörser Weiß ich auch genug Narkotik-Bären da Könnt man... Könnt man eigentlich immer gleich Bin dabei Ihr könnt euch Fleisch nehmen, wenn ihr Hunger habt, ne? Das hinten am Lagerfeuer ist die Party Ja, das ist... Keine Ahnung Ich hab' keins Hattet ihr nicht... Hattet ihr nicht... Hattet ihr nicht... Hattet ihr die Schrivano gesagt? Oder irgendwo... Ne, wir gehen jetzt sammeln... Wir gehen jetzt sammeln... Ja, wir brauchen ja ein bisschen was Wir holen... Wir holen ja jetzt, ja... Weil ist ja gar nicht so weit weg... Der Wald... Ungefähr zwei Meter vom Lager raus und dann kommen schon die ersten Bäume Mh... 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 Horni hab' ich Du hast denn Horni geklaut? Hattet ihr schon gesagt, wir nehmen mit Tyrion und Ulfried Ulfried... Aber einer muss doch beim Bauen helfen, aber wir brauchen erstmal Holz Oder wir farmen erstmal alle vier Das Sinnlose ist... Mit diesen... Mit diesen Triceratops können wir doch keinen Wut richtig wirklich sammeln Das ist doch Quatsch Ne, das geht eigentlich nur zum Tragen Weil mit dem kannst du ungefähr 600 Holz tragen Also 500 bis 600 Ich... Ich gehe hacken und dann packe ich das rein Apropos hacken... Oh... Der Rückwärtsgang ist echt... Jetzt ist ein Hackbrötchen da... So ein Mettbrötchen, alter Hast du Hunger oder was? Irgendwie schon Ich hab' heute auch noch nicht so viel gegessen... War mir zu warm Ja, heute kannst du eh nicht so viel gegessen haben... Wie viel Uhr haben wir denn? Halb eins? Ja, gestern halt Irgendwie so... Mensch du... Ne, warte mal... Wie viel Uhr haben wir denn? Oh, halb zwei Echt? Schon so früh? Nee... è... So, ich sammel jetzt Holz, damit der Onkel endlich wieder bauen kann Warte, 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 warte... Warte, warte, warte Chill, deine Base warte Warte, warte Hey-h committing Onkel Wie viel Holz brauchst du ungefähr 300, 500? 1000 1000, okay Aush ffl Ja, irgendwelche Bäume gibt's gar nicht hier im Dorf, ne So viele Bäume gibt's gar nicht hier im Dorf... He-he Alter und selbst schuld ich dir auch gleich mit ihr da ist es hält als er zufällig seine Multifunktionsachs bauern so eine verbesserte Nürnberg und Kürtel auch schade und die Funktion sei er hat für Kettensäge gefunden das Bild und der Gäste und erster Axt aber ich kann nicht weiter wollen ich kriege ich stehe es nicht ich bin ich wo ich die Dings reinsetzen muss das ist kein Ende mehr so ich sehe ich mich in Sondwurren wie heißt die Scheiße die was ist los achten die Wand und liegt mich im Arsch und Wunderwürdig ja auch jetzt steht er ja noch genau im Lager wenn man uns gerade um mit dem Klingel er steht im Lager er stand gerade mit mit Julia genau da wo ich gerade stehen schon ja wo ich gerade baue schon ähm 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 was baust du hier reist du mich ja ich versuche hier diese oh Mann Alter ich saß das schon die ganze Zeit ich weiß aber nicht wie die Dinger heißen äh die genau ja aber ja aber und wo den wo den Fans Foundation versuche ich da hinzusetzen was ist denn wo sind die Tür die kommt noch ich hab gerade den übelsten Nebel hier Leute ich muss immer ich muss immer mir irgendwie äh schauen wo 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 dieses scheiß äh äh Fans Dings kackt den Ding ist deswegen muss ich immer eine Wand drauf setzen ach so deswegen so seh ich die das Ding nicht verstehst du deswegen ich hab's ja so lustig gefunden ich freu sich dass das Ding fertig ist das im Endeffekt hat keine Tür ne ne das hat Dynamo schon äh die Tür hab ich schon im Inventar aber das ist ja das ist ja der übelste Knast ist das wie die vier der Dino Knast nur wenn ich will ich dich anguck da kann ich doch gerade da können wir doch gerade mal den 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 äh wie heißt er den Bronto drin parken wenn du willst klar wir müssen da alle Türe drin parken das ist ja das das ist ja der Bronto Knast hä wo ist denn der Dings ja Mann äh der Rewano ja wo bist du ich bin am sammeln Holz damit der Onkel Holz hat ja ich bin schon los wir holen doch zu sammeln los ja ich wusste es nicht weil der Onkel braucht ja auch was zum Baumaterial ja ich habe jetzt schon 200 Holz gesammelt ich hoffe damit kann er gleich arbeiten und dann können wir gerne kann es mir gerne helfen na klar danach jetzt Junge genau komm her hasn dann schlage die schlage ich zu brei dann fahr ich da hin, dann reiche ich den Kopf ab und scheiße ins Genick. Und Onkel ist dran. Rauche ich den Kopf in den Nacken, kann auch so ein Rucksack frühstücken. Alter, Onkel, wie viel Bier hast du getrunken? Zu wenig. Onkel, wie viel Bier hast du getrunken? 1,1,3. Alter, und dann rastest du schon aus, oder was? Warte, warte, warte. Flaschen oder Liter? Liter. Schluck. Kann ich mir schon mal ein bisschen Wut holen? Ich komme, ja. Ich komme angelatscht. Nee, brauchst nicht, ich komme dir schon entgegen. Du stehst mit, wenn du sagst, du kommst. Ich lauf gerade zurück. Ich bin hier, ich bin bei dir. Reef, Hano. Aber bitte nicht zu viel, ich würde nämlich gerne auch noch zurücklaufen können. Ja, ich habe in den NL4 reingesteckt. Er hat mir gerade den Ding geklaut, ja. Welches viel? Hier. Beide, ich habe in den anderen Typen. In den anderen habe ich auch, in Materie habe ich auch gerade 99 reingepackt. Kannst du auch mitnehmen? Bitch. Ah, ich lauf dir mal hinterher, sammeln wir gleich weiter zusammen, voll cool. Hey, warte, warte, warte. Bitte was? Alter, mir hat eine Mücke genau auf dem Rücken, wo ich nicht mit der Hand reinkomme. Noxy, kannst du mal eben, äh, bist du noch da, Noxy? Ja, klar. Kannst du mal eben den Ulfrit sagen, der soll dir hinterherrennen? Natürlich. Na du? Ja, ich komme gleich wieder, bringe meine Hände. Warte, machst du, oh alter, easy, easy, hallo, hallo. Oh, wenn man einmal den Noxy mal sagt, ne? Wie schnell ist der denn? Komm jetzt. Ja, der, der ist drauf, äh, ich sag dir, das liegt an der Brille, ey. Ja, meine hat ja auch ne Brille, Materie hat ja auch schon, John Lennon-Brille. Krass, ja. Weil ich wollte den Onkel nämlich nochmal 100 bringen, da braucht er nicht gleich wieder angerannt kommen. Bevor der dann alle ablockst. Ach, 100 gehen so schnell weg, die Glocke. Ja, das macht ja nix. Bring dir dann nachher nochmal 100. Da ist Horny, ist da jemand drauf? Nee, natürlich, Horny ist immer drauf. Ja, Horny ist spitz. Da, wo ist der Onkel, da? Ich lege dir halt mal vor die Füße. Ey, unscheiß, den einen Baum würde ich hier vorne gerne stehen lassen. Erstens, der gibt eh nix an Holz. Und zweitens, das ist einfach cool aus, so ne Klippe. Liebst du die Bäume, oder was? Bist du jetzt eher von der Greenpeace, oder was? Nee, ich bin baumophil. Baumophil? Du bist, dass der immer an dem Baum hängt, oder? Natürlich. Erst dafür verantwortlich sind die Bäume immer kleben. Ja, und dass da so kleine Löcher drin sind. Das ist kein Harz. Kriegt euch wahr keinen Speck. Er lacht so dreckig, ey. Das ist ja Wahnsinn. Mowgli, ich komm schon wieder. Stell ich mir vor, hängst du morgens auf dem 5er Baum. Brrrrrr. Ist kein Specht. Aber diese fotztrockene Art ist echt übel, Alter. Ich glaub, das Let's Play wird richtig krass. Na klar, Onkel-Style 24, das. 24-7. Ne, so schlimm sind wir noch nicht, Onkel, ne? Wie bitte? Wir sind 27, oder? Wenn ich jetzt hier nicht so konzentriert wäre, würde ich sogar mitlachen. Überlegst dir grad, wie du einen umbringen kannst, oder? Dich? Was? Nein, nicht mich. Mich brauchst du noch. Zum Leben. Das Problem ist... Nein. Ach stimmt, ich kann ja hier auch ein bisschen rauszoomen. Dinamo-Man! Ja? Erzähl mir was von dir. Ja. Sag was. Ah, was machst du gerade Schönes? Ähm. Du hilfst beim Bauen, oder? Was? Du hilfst beim Bauen, oder? Ja, ich hab gerade das vor. Da hat ich gebaut. Ey, ich hoffe, dass das jetzt hier nicht schief ist. Ich kann das nicht schief. Das ist so geil, das große Steintor, ja. Das ist echt episch. Und wir das jetzt hier Onkel bringen. Bleib mal eben steht, Noxy. Was ist das denn jetzt? Ja, ich will den Trizerathus das Holz geben, aber wenn du losrennst, dann haut das immer ab. Ich glaube fest daran, dass ich es jetzt, glaube ich, geschafft habe. Hast du? Ja, hab ich. Alter, jetzt bleibt echt kein Holz mehr da, ne? Ja, aber Unschluss, komm mal her. Komm mal zu mir. Sag mal, das sieht doch geil aus, der Baum. Also, wenn der da so hängt. So, alleine. Das ist doch total geil. Hä? Alter, der Baum. Guck mal, die Position von Baum ist vollkommen. Vom D-Deni, oder was? Junge, ich hab'n Metallspieler. D-D-Deni. D-Deni. Junge, ich hab'n Sperr, ne Armbrust und sieben Koteletts. Ich weiß nicht zum Nutzen. Ja, ich hab' Durst. Ich brauch' Wasser, hasse Wasser dabei. Also theoretisch muss ich mal pissen. Nee, ich hab' selbst nix. Und ich hab' nur noch, äh... Mmm, lecker. Lecker. Vitamins. Gelb und voller Vitamine. Oh, nö. Ah, horny. Ah, nee, das war auch Dynamo. Dynamo, man. Horny hat mich grad total erschrockt. Der hat sich ja erschrockt, der hat sich von hinten angemacht. Der wollte dein Horn hinten reinstecken. Der wollte dein Horn hinten reinstecken. Der hat einen riesen Horn. Der hat gleich drei davon. Wenn's dir eins nicht reicht, kriegst du M-3. Ja, du kannst ja nicht die Tür eigentlich auch selber einsetzen. Ja, versuch' ich gerade. Die Tür am Rad rief. Yay! Huhu! Das ist doch mal! Wie ist das Gefühl, wenn du, äh, zwei riesen Dinos mit hinter dir herrenn? Hm? Easy, juhu. Das John-Lenn und Mick Jagger. Rewano, wie ist das, Rewano, wie ist das Gefühl, wenn man so'n riesen Dino ist? Haha, geil, ja? Ja, ohne Scheiß, das ist Mick Jagger und John-Lenn. Das ist Bescheid. Der Mac-Alfer ist das eindeutig. Das ist Mac-Alfer. Der Mac-Alfer. Ich bring' dir den Onkel mal wieder ein bisschen Holz. Onkel, brauchst du Holz? Ja. Ey, ohne Scheiß. Das ist voll die Meckes Werbung. Das ist der Mac-Alfer. Der Mac-Alfer. Ey, warte mal, bleib mal stehen! Du musst doch Holz abholen, wenn du da mit deinen Kadaverkörpern weglänst. Was soll ich jetzt echt? Aber schau' mal, Dynamo, wenn du jetzt das hier so anguckst. Ich sollte schon drei hoch gehen, oder? Mit der Wand, oder? Da sieht es doch. Du sollst drei hoch gehen. Und sie das bestimmt besser aus, oder? Oh, warte mal, ich kann nicht mehr laufen. 2 finde ich schon ausreichend. Oh, mach zurück. Oh, 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 oh. Ich werde gerade überrumplen. Bony wird wieder. Ja, ich weiß schon, dass es ausreichend ist, aber irgendwie, ja, sieht halt. Ich weiß nicht, ob das so besser aussieht. Ja. Oh, drei hoch. Weil das ist nicht so. Ich bin schon rumgefallen, scheiße, ich habe Hunger, habe ich gerade mitgekriegt. Aber wisst ihr was? Wie der ganze Spaß ausgeht bzw. weitergeht, das sehen wir erst morgen. Ach genau. Ja. So, dann würde ich mal sagen, macht es gut Leute, bis morgen, schlaft schön, man sieht sich. Horido, Che Guevara und so weiter. Küsschen noch, geschickt noch ein Küsschen. Genau. Tschüss. Das Mikrofon gesappert. Tschüss. Tschüss.